Das hier zum Verkauf angebotene gepflegte ca. 1598 Quadratmeter Wohn- und Geschäftshaus befindet sich in Hamburg. Das Objekt ist verkehrstechnisch gut angebunden. Das Haus wurde 1972 erbaut. Beheizt wird das Objekt über eine Gaszentralheizung. Das Wohn- und Geschäftshaus verfügt über einen Personenaufzug. Der Kaufpreis des Objekts beträgt 2.300.000 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.